Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Dead Island. Zurück! Schon mal schön vor Hasbit. Let's Play Zurück. Ja. Kennst du dich? Dead Island. Dead Island. So wär ein Satz draußen geworden. Ich hab... ähm... Mir ist warm, darum krieg ich das halt nicht so hin. Wollen wir jetzt hier mal Quests annehmen? Ist ganz schön hot draußen, das stimmt schon. Erzähl doch mal, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ja, wir sind zuletzt. Wir waren in der Kirche. Ah. Oh mein Gott! Nee, wir haben hier Räumungsaktionen gemacht. In so einem Gebäude mussten wir leerräumen. Please don't let them suffer any longer. Kann ich mich da noch immer mehr dran erinnern. So, ich nehme jetzt mal die Quests an. Nimm einfach alles an, was da ist. Ich möchte aber trotzdem wissen, um was es geht. Ach so, die Quatsch. Alkohol. Der braucht... Batterien. Haben wir doch bestimmt so wenig. Natürlich. Ich kann dir nur noch eine geben. Ja, gib dir mal eine. Welche Patrien willst du? Sind das die guten? Die tollen? Nein, die ganzen neuen. Die werden einfach gut machen. Die werden einfach gut machen. Du findest nichts mehr. Du weißt, wo ich bin. Du weißt, wo ich bin. Just ask for Ryan. Drück bitte laut, haste. Ach, hast ja. Die werden einfach gut machen. Du findest nichts mehr. Du weißt, wo ich bin. Ach so, ich soll das wegdrücken, meinst du? Ja, soll ich den nächsten anquatschen? Ach so, du bist noch dabei. Ja, ganz mal. Alkohol, um die Kotz und Schrauben zu verhindern. So viele sind verletzt. Was haben wir denn eigentlich mit den Champagne? Champagne, haben wir den abgegeben, das mal noch? Okay. Nee. Gut, hurry. Das können wir noch mal zurück machen. Die braucht Alkohol, die Säuberin. Ach hier, ganz vermutlich. Ich geb meinen lieber ab, ich ne wieder selber selber. This is great, thank you. If you find any more Alkohol, we can always use it. Willst du doch nur besaufen, du alte Dreckssache. Jetzt gibt's nicht nur noch Geld. Alkohol für Theresa. Oh, Hugo. Ich bin Hugo. Mutter Helen hat mir gesagt, dass du dir vertraut bist. Unser Bruder Grant braucht jemanden, die ihm mit dem öffentlichen Regierungssystem zu helfen. Wir müssen denen, die noch leben sind, dass sie hier ein Sanctuary suchen können. Würdest du zu Grant und helfen? Oh, oh. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich bin Hugo. Gott sei Dank. Geh in die Radio-Tower und gib Grant diesen Regierungssystem. Das ist, was er ist, um zu broadcasten. Ich kontaktiere ihn in der Walkie-Talkie und lasse ihn wissen, dass Hilfe auf der Weg ist. Nein. Kennst du noch Hugo von früher? Ja. Das kleine Männer mit den schwarzen Haaren? Ja. Ich kenne auch das Alkoholische Getränk, Hugo. Ja, das ist mir schon klar. Ja. Ja. Ja, hier. Der Bruno ist es. Der Bruno ist es. Wir brauchen die Kirche gegen irgendwelche Attacken von diesen unerterten Demonen. Für das brauchen wir ein paar spezielle Tools. Willst du uns helfen, sie zu finden? Absolut. Oh, excellent. Die Tools, die ich in mir habe, sind in Antonios Workshop. Was die alles hier haben wollen, ey? Das ist schrecklich. Welche Quests wollen wir denn als erstes machen? Guck mal, Lisa. Diese Leute werden uns helfen. Du mal, irgendwas von Ebay gehört, wo man sich die Sachen bestellen kann oder so haben die nicht, glaub ich. Glaub ich auch nicht. Ja, du kannst doch hoch gehen, ich glaub, oben ist noch was. Glaub ich nicht. Ach ja, oben ist noch was. Ach ja, oben ist noch was. Terence gave das? Es ist ein ... Es ist 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 ... Oh, mein Gott. Ja, zu einem leichten Sprachfehler kann das sein. Ja. Hier oben lag ... Äh, lag letztens noch ein Fakt oder Ausweis, irgendwas. Ach, du hast mal eine gespielt? Ja, den hab ich schon. Nee, wollen wir zusammen hier noch warnen. Geh mal rüber. Ah, ich hab dich noch nicht ... Ah, du warst gerade ... Du ... Du ... Du kriegst zu'n Schrank weg wie Michael, da willst du mich verahnen? Ja? Wer hat ein RPS? Äh ... Und wenn dann etwas tiefer. Na gut. Oh, ich muss mal meine ... Machete bauen. Bei mir ist alles ganz. Ja. Wunderigoll. Ich mach mal die Tür zu mir, dass der Staubsauger-Vertreter kommt. Aha. Ja. Wir brauchen diese Tür zu mir. Ja. Ja. Ich hab die Tür zugemacht. Ja. Ja. Ist gut. Zuschauer wissen sie schon, dass du mich immer ... träust. Oh. Falsch. Ich fand's witzig. Ich bin hier. Ich bin hier. Was machen wir denn jetzt für eine Quest? Na wir müssen erst mal zu dem Kunden hier. Was? Ja. Josef, klick auf. Ich bin hier. Ja. Josef, klick auf. Er fragt eine Frau nach Schutz. Danke. Ich klatsche euch alle. Gibt es eine Zuhälter-Schelle. Ernsthaft. Lauf, Dicker, lauf! Hier ist gar niemand. Ah, da unten kommt ein bisschen. Bam, Alter! Die halten irgendwie gar nichts mehr aus. Nein, wir sind einfach zu imbar. Eine Kiste. Ach, das war es schon? Ja, bekommst du hier einen Inhalt. Deine. Tonfahrer. Okay. Sind wir den ganzen Weg gerade nur durch die Bude hier zu gehen? Ja, scheint so. Oh, hier ist bestimmt ein Schläger irgendwo. Ah, nee, geht es weiter. Jetzt sagen wir mal wieder alles. Vielleicht soll jeder Mülltonne stehen oder was? Hast du es so nötig? Ja. Oh, ich brenne. Hey! Josef schreit. Es geht ab. Ich muss sie jeden Müll aufheben. Ich hab Durst. Musst du wehrlose Leichen schlagen. Hey, guck mal hier unten, ist Party. Party? Party? Disco, Disco, Party, Party. Was ist du heute Party? Kennst du das? Ja, kenn ich. Das ist mir aber zu Anspruch. Los. Hast du ein Messer? Nee, das ist dummer Angst. Alter, warum krassen die mich dann dauernd? So eine Art Sichel fast, würde ich schon sagen. Aber halt ziemlich kurz. Ne, nur das Einzige bei dir, hm? Oh, jetzt hat er sich entmannt gefühlt. Dann nimmt er gleich wieder einen großen Knüppel. Warst du denn hier oben? Ja, war ich nicht. Schauen wir mal, was hier oben ist. Rupan? Ja, lass mich doch wieder alles alleine machen. Rupan, 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 alles, warte. Soll ich das so ein Ding runterhauen? Bitte. Ich mach was draus. Ah, du bist zu weit weg und aus dem stirbt der Kunde gleich. Was? Oder bist du das da in der Rot? Oh, das war Fehler jetzt. Ich bin vom Dach gesprungen, fast gestorben. Oh, was ist denn heute mit meiner Maus los? Stay close. Äh, eine weiße Flagge war gerade hinter uns, aber auch nicht gut. Können wir dann machen. Sieht so aus, ja. Oh, jetzt trinkt die Eide schon wieder Alkohol. Es gibt's gar nicht. Oh, jetzt trinkt die noch ein Alkohol. Ich hab ein Sammlerstück gefunden. Ja, sprich dich mal. Ich bin betrunken und der Typ macht gerade alles alleine. Aber ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Das ist voll das Tier, der Josef, Mann. Voll das Tier. Der braucht uns gar nicht. Schau ihn dir an, ey. Wie er abgeht, ey. Was hast du denn du für einen Knippel in der Hand, Alter? Den hab ich gerade gefunden. Was haben wir hier? Hier ist eine Werkbank. Aber gut, wir helfen denen. Oh, jetzt. Guck mal, was ich hab. Oh, pisse dich doch mal an den Lappen. Scheiße, wenn mein Waffes war. Guck mal, was ich hab. Guck mal, wie er abgeht. Was ist denn ein MG oder was? Natürlich. Und durch ist dein MG. Gerade gefunden oder wie? Ja. Aber cool, wie der abgeht, der Josef. Irgendwas rennt hier noch rum. Guck mal, da ist noch so ein roter Fall. Ach, das ist der. Ja. Schön, dass es... Naja. Du weißt gerade, Propan hochgejagt, kann das sein? Nein. Wird ich doch niemals tun. Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Oh, oh, oh. Ich bin fast gestorben, aber dank dem Auge. Hey, der Josef, braucht Hilfe. Ich bin ja volles Leben, ja. Ach, du bist schon wieder aufgestiegen. Auch nichts neues Papier. Ich hab keine Ausdauer. Mit welcher... Oh, scheiße, hilf mir. Hilf mir, hilf mir. Mit welcher Taste springst du noch gleich auf den Kopf? Äh, ja, als wenn du treten würdest, aber ich hab das doch... Ich hab das doch... Ja, Bango ging's doch aber anfangs auch. Ja, die müssen da liegen, oder? Ja, weiß ich. Hier, der Josef, der braucht Energie, glaub ich. Gib dem mal ein Pflaster. Aber warum, der kann doch genug Essen hier, was will er denn? Ey, ich ess mal nen Apfel. Scheiße, ist schon weg. Überleben haben wir getötet. Ja, voll sind wir gut. Yes. Vollid uns ever, Mann. Was geht? Weil Josef hat doch unendlich viel Leben. Das ist doch kein Problem. Ja, wir sind gleich wieder hier. Äh, hast du grad einen Josef getötet? Nicht mit mir, mein Freund. Was macht denn der, jetzt rennt er ins Wasser? Ja, der Josef? Ja, der macht gerade eine Taufe. Die Taufe? Du musst nur noch seinen Kopf in das Treff das Wasser reinlegen, dann. Wenn man wieder hinrennt, jetzt rennt er schon wieder weg. Du bist grad ein paar Meter weg von uns, ne? Ja, ich seh's. Ich komme. Ja.